Ich habe hier gerade diesen jungen Mann gefragt, zu welcher Preisklasse dieser Fahrzeug hier liegt. Und der liegt hier bei 250.000 Euro. Alter, lecker schmecker. Richtig, über 250.000 Euro. Ein richtiger V8, ey. Alter, ist das ein. Alter, ist das ein Sahnehäubchen, ey. Alter, mit dem will ich gerne mal nach Heidepark ballern, ey. Alter, richtig spritzig, ey. Richtig dicke Chromfellen hier. Alter, voll geil. Schöner R8, V10 Plus. Wahrscheinlich auch 150.000 Euro. Alter, richtig spritzig, ey. Guckt euch diese Fellen an. Richtig V10-Poar. Alter, guckt euch das an, ey. Das ist nicht mehr normal. R8, V10 Plus. Wir können auch mit denen nach Heidepark ballern. Kommt bestimmt auch ganz gut. R8, V10 Plus. 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 Aber ich bin ja auch für mehr für den hier. Mit diesem Lamborghini. Die Spiegel. 1050.000 Euro. Zeig verschiedene Farben. Die kosten wahrscheinlich alle eine viertel Million Euro. Aufwärts. Die Spiegel. Die Spiegel. Guckt euch die krassen Filme an. Alleine die Bremsbeläge mit Lamborghini. Richtig irre. Daraus kannst du ein Cabrio machen. Mal da. Richtig irre. Und alle drei Fahrzeuge. Der blaue. Der rote. Und der andere blaue. Fahren alle beide über 300 Stundenkilometer. Ja. Ne, noch nicht. Warum? Das ist schön. Ja. 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 Ja.